Gut, äh, wo muss ich jetzt nochmal hin? Ich muss jetzt erstmal gucken hier, wo ich überhaupt hier hin muss. Zeig mal die Karte an. Gut, eine Karte habe ich. Ach ja, ich muss ja jetzt hier in den... Ich muss ja jetzt da hin, in den Rosenpark. Genau, da muss ich jetzt hin, also muss ich jetzt geradeaus. Ich muss aber erst mal... Ich will gerade sagen, jetzt bleib so wie du bist, du blöde Kamera. Das ist also der Park. Mary, bist du hier? Jetzt wissen wir noch nicht ganz genau, ob die hier ist. Wir werden es aber mal sehen. Ich glöpfe es aber auch nicht. Weh, 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 das kann ich mir nicht vorstellen. Eine Tote hier, hä? Ich weiß jetzt gerade mal gar nicht, ob ich richtig laufe, aber ich will mal hier nochmal was gucken, ob hier irgendwo noch was ist. Das wusste ich nämlich. Patronen, Muni, Muni, Muni. Der sieht da da noch was. Was sieht denn der schon wieder? Wo guckst denn du hin? Ach, da ist noch was. Noch was? Nö, gut. Ich gehe jetzt nochmal hier runter, die Treppen gehe ich jetzt hier nochmal runter und gehe jetzt einmal einfach mal hier lang. Ich weiß es nicht, ob es jetzt gerade mal richtig ist. Jetzt sieht der schon wieder was. Nochmal Muni. Ich sehe jetzt mal hier. Ich sehe hier gar nichts. Ich sehe hier gar nichts. Ach, da. Hier, nimm mal mit hier. Das können wir alles gebrauchen. Ich schluss ja echt kalt, dass man hier durch ist und gucke ich gar nicht. Mary? No, you're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. I can't believe it. You could be her twin. Your face, your voice, just your hair and clothes are different. My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? See? Feel how warm I am? You're really not Mary. I told you, I'm Maria. Sorry. I was confused. Where are you going? I'm looking for Mary. Have you seen her? Didn't you say she died? Oh yeah, three years ago. But I got a letter from her. She says she was waiting in our special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? Well, there's the hotel, too, I guess. The one on the lake? I wonder if it's still there. The Lakeview Hotel? Yeah, it's still there. So, the hotel was your special place, huh? I'll bet it was. Don't get so mad. I was just joking. Anyway, it's not that way. It's this way. You're coming with me? You were gonna just leave me? No, but... With all these monsters around? No, I just... I'm all alone here. Everyone else is gone. I look like Mary, don't I? You loved her, right? Huh, or maybe... You hated her. Don't be ridiculous. So it's okay? Yeah, fine. Äh, okay. Kommt die jetzt mit uns? Oder wie sehe ich das jetzt? Ich muss jetzt trotzdem hier gucken. Die kann ruhig... Die kommt jetzt... Kommt ja wirklich mit. Na egal. Dann muss er halt mitkommen. Ich gehe jetzt da lang. Ich will erst mal gucken. Da komme ich nicht weiter. Also muss ich jetzt doch zurück. Ja, der musste Platz machen. Und gehen wir mal hier die Treppen hier hoch. Hey, soll ich jetzt zu den... Ich soll jetzt zum Hotel, oder wie? Ich muss mal gucken. Ich muss jetzt erst mal was gucken. Haben wir noch... Radiotaschenlampe ein? Die ist doch ein. Betriebsschalte ein. Ist doch. Zur Zeit in der Brusttasche. Ja, schön. Warum kann ich denn die da aber nicht anmachen? Das verstehe ich nicht. Ich drücke L. Nichts passiert. Dann eben nicht. Gehe ich halt hier weiter. Ist mir auch egal. Bin ich denn hier? Hau mal drauf hier. Also... Hör ich noch mal. Und noch mal. So, jetzt nimmst du das hier noch mit. Und jetzt gucken wir mal. Hier hinter kommen wir nicht. Da komme ich nicht rein. Irgendwo muss ich doch aber hin. Da ist noch so ein blödes Vieh. Das ist der Rosenpark. Den war er mal ja nicht. So, ich glaube, ich werde die Pistole nicht benutzen. Ich weiß nicht, warum. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde die nicht benutzen. Hey, ich komme doch... Ja, hier ist das Hotel. Jetzt habe ich das Hotel gefunden. Aber wie komme ich da rein? Das ist jetzt die Frage. Wie komme ich da rein? Ich muss mal auf der Karte gucken. Äh. History. Nee. Ich komme hier nirgendwo rein. Das ist es ja. Kann ich gerade nicht mal kleiner machen? Danke. Ähm. Ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Muss ich gucken. Ich... Hä? Ich lüfe jetzt einfach mal hier die Mauer entlang. Und mal gucken, ob hier irgendwo was ist, wo wir hier rein können. Hier ist nur das. Silent Hill. Bla, bla, bla. Ja, ja. Du mich auch. Kommt die überhaupt hinterher? Nee, wa? Keine Ahnung. Mehr wo jetzt egal, ob die hinterherkommt oder nicht. Was ist das denn? Alter. Haut ruf. Los. Haut ruf. Boah. Erschreckt mich nicht so, ihr blöden Viecher. Boah. Los. Nochmal. Und nochmal. Trotzdem laufe ich jetzt einfach mal hier lang. Weil ich muss doch irgendwo in das Hotel reinkommen. Weil es kann doch nicht sein, dass ich hier nirgendwo reinkomme. Ich glaube, ich laufe hier auf der Straße. Das ist viel besser irgendwie. Nicht, dass hier schwimmt oder welche. Äh, äh. Hier lang kommen. Wo laufe ich denn überhaupt hin? Kann mir das mal jemand verraten? Ich laufe da hinten. Was will ich denn da hinten? Keine Ahnung. Ich laufe jetzt einfach hier lang. Weil hier geht's ja rein. Erste Hilfekasten. Den nehmen wir mit. Da sind wir gerade gekommen. Ich glaube, Autos können wir nicht mitnehmen. Also ich sehe gerade mal gar nichts hier. Das ist doch gerade mal... ...ein wenig doof. Äh. Jetzt die ist abgeschlossen. Ja, okay. Da komme ich also auch nicht rein. Da brauche ich erst recht nichts zu versuchen. Da werde ich bestimmt nicht reinkommen. Hier haben wir noch die Viecher geschmissen. Komm her. Haut ruf. Nochmal. Nochmal. So, das Vieh ist dort. Ich habe aber echt keine Ahnung. Da müsste jetzt zwar noch so ein Vieh gewesen sein. Das ist mir aber gerade mal Wurst. Ich hau jetzt einfach mal hier ab. Äh. Irgendwie muss ich doch da reinkommen. Na, kommt noch so ein Vieh. Hau gleich mal drauf. Na los. Schlag zu. Nochmal. Und nochmal. Oh, habe ich nicht eine andere Waffe? Ja, na klar. Warum steht denn die Öf? Geh mal weg, du dumme... ...Eule. Was habe ich denn noch für Waffen? Mutter? Na. Nee. Mutter? Hä? Bin ich beschert? Ich lauf jetzt einfach mal hier lang. Okay, da kommen wir also nicht weiter. Dann gehe ich jetzt einfach mal hier rüber und lauf hier lang. Weil irgendwo muss ich ja reinkommen. Weil es ist ja... Keine Ahnung. Ich renne jetzt eigentlich theoretisch nur hier so sinnlos rum. Da kommt jemand. Weil ich weiß eben echt nicht, wo ich hin muss. Oh, ich habe langsam die Schnalze voll mit, das komische Ding hier. So, weg, weg. Jetzt nehme ich die Knarre. Ich habe Schnalze voll. Ich will doch mal Licht anhaben. Warum geht denn das Licht nicht an? Das ist doch beschissen. Wir haben doch eine Taschenlampe. Ja, irgendwo hier ist so ein komisches Vieh. Ist mir aber auch jetzt Wurst. Meinetwegen kann das viel hier bleiben. Kommt die Alte eigentlich hinterher? Ah, die kommt hinterher. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich da jetzt hineinkommen soll. Hast du was gesehen? Nee, wahr? Nee, gut. Ich dachte, weil er so blöd geguckt hat, habe ich gedacht, er hat was gesehen. Ach, das Vieh lebt noch. Ist mir egal. Wie viele Schüsse brauche ich denn da, dass dieses Vieh tot ist? Was ist denn das? Das braucht auch keine. Hä, wie weit bin ich denn jetzt schon wieder gelaufen, sagt man. Ach, ich bin doch nicht so weit. Geh weg. Ich muss in das Hotel. So weit weiß ich. Oder muss ich woanders hin? Muss ich in ein Krankenhaus rein? Oder was ist ich denn? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal hier hinein, gucken, ob hier irgendwo was ist. Ja, da guckt hier so doof irgendwo hin. Ich weiß aber gerade mal nicht, wohin der hier guckt. Ach, da vorne. Nimm mal mit hier. Gesundheitstrinken können wir immer gebrauchen. Wie ich schon gesagt habe. Es ist mir gerade mal ein bisschen zu hoch. Ich muss ja auch auf den seinen Schädel hier aufpassen. Der irgendwo hin klatzt hier. Ich denke mal nicht, dass ich über den Müll springen kann, dass ich denn da reinkomme. Ich denke mal nicht, dass es mir was bringt. Okay, hier komme ich also rein. Ich weiß gerade mal zwar nicht, wo ich bin. Nja, die Kamera ist so zum Kötzen, ey. Geh doch mal weg. Sie ist abgeschlossen. Okay, da dreht sich also nichts. Jetzt gehe ich mal in der anderen Richtung, weil irgendwo muss ich ja hin. Da komme ich nicht durch. Also hier ist schon mal nichts. Außer die Tür, die abgeschlossen war. Ich habe ja eigentlich keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Es ist mir gerade mal ein bisschen ein Rätsel. Hier ist nichts. Das ist nur ein Mülleimer. Braucht man nicht. Jetzt gehe ich hier... Kann ich jetzt nur hier rausgehen? Und draußen irgendwo gucken, ob ich jetzt irgendwo da noch was finde? Wo ich, ähm... Blödsinn reinkomme. Ey, ich weiß sonst wirklich nicht, wie ich erstens in das Hotel reinkomme oder beziehungsweise ins Krankenhaus, weil ich weiß ja nicht, wohin ich muss. Das ist es ja. Ja, mitnehmen. Da ist noch was. Jetzt nehmen wir alles mit. Wo stehe ich denn hier? Ein Gesundheitstrink. Muni. Nochmal ein Gesundheitstrink. Hä?